ja hallo ihr lieben und herzlich willkommen mal wieder zu einem video mit mir ja lang lang ist her ich weiß ich habe aber auch im moment ein paar baustellen in meinem leben die es mir nicht so einfach machen ich will hier aber nicht rum jammern und ich will schon gar kein mitleid oder irgendwas dieses video soll einfach nur für euch halt eben hier sein und ich werde mir mühe geben das so schön wie möglich für euch zu machen ich bin ein bisschen eingerostet nimmt mir nicht übel wenn es ein bisschen holprig wird aber ich denke das kriegen wir gemeinsam hin so wir starten auch direkt ich habe euch mal ein paar folgen hier reingepackt die an sich nicht älter sind als drei monate um das video nicht allzu lang zu machen ich glaube ein folgen ist älter oder 23 wo ich auch noch ein bisschen was zu sagen will deswegen sind die mit drin ja exmo ponys sind auf jeden fall noch bei mir in der zucht ein fohlen mit 6 very good einem guten gut und fünf normalen gp 517 ja und da ist die jun das ist mein eigener hengst genau der vater ja die züchtig weiterhin ich züchte einmal auf diese farbe und wir können auch gern mal eben einmal bei den exmo ponys gucken da kann ich euch nämlich dann auch noch mal ein besonderes holen zeigen das ist der zugekaufte wo hab ich denn mein anderes ist das hier bei denen dabei na wo habe ich denn jetzt wahrscheinlich bei den vorbestos so wo ist es denn hier nur ist es denn hin verschwunden verschwunden irgendeins war nämlich mit einer besonderen farbe war es das ja ich glaube das war dieses pangare also jedenfalls möchte ich gerne auch mal besondere farben züchten bei den exmo ponys und zwar auch hier das ist doch das ist doch mein folgen da haben wir es doch das lässt sich nämlich nicht anzeigen und das hat nur ein dann wird wohl so ein bisschen zwischenfarbe aus dem beiden sein und da habe ich mich schon riesig gefreut dass das halt wenigstens dann auch so gekommen ist ja da ist mein augenmerk gerade so ein bisschen drauf schauen wir mal wie das so zu statten kommt und ja was daraus halt eben letzten endes wird kommen wir zu den quarter horses ja ein thema das viele spaltet gerade ja ich bin auf einem guten weg kann ich nur sagen bei den quarter ich werde noch nicht so viel verraten weil dann hat man sehr viele nachahmer ihr wisst wie es ist aber was ich auf jeden fall sagen kann zucht mit gp von über 800 das strebe ich an das ist das einzige was ich euch soweit schon mal um zeigen kann auch ja wir haben hier e cream dann 7 very good und da habe ich noch keine konfi ja der vater und die mutter die sind aber eigentlich von der konfi ja relativ gut dabei dann haben wir ein hengst holen bei den isländern auch die habe ich noch dabei 11 gott 3 gott plus 642 gp doppel splash weit 1 und doppel tobiano das sieht dann letzten endes so aus habe ich auch nicht so erwartet dass das jetzt beides doppelt halt eben rauskommt aber ist jetzt nun mal so und es ist auch noch weiterhin hier die linie fabiana soweit geht das also auch schon also ihr seht das ist eine ganz lange linie die hier halt eben geführt ist bin ich irgendwie stolz drauf dass das so meine isländer linie ist und da gucke ich auch nicht ganz so streng auf die konfi obwohl ja auch mittlerweile ein bisschen ein ganz klein bisschen habe ich auch aussortiert die mongolen ja die machen mir noch ein bisschen kopfschmerzen und zwar genau deswegen wegen den below averages ja und auch deswegen 69 297 ist nicht wirklich gut ich weiß dass die mittlerweile schon bei 81 82 wenn ich sogar noch höher um krebsen ich bin der konfizüchterin sage ich euch wie es ist ich versuche aber gerade bei den mongolen etwas darüber hinweg zu sehen und irgendwie schöne farben noch wenigstens zu bekommen klappt noch nicht so ganz ja keine ahnung ich möchte sie nicht ganz aufgeben also ich probiere noch ein bisschen was aus da und wenn es dann aber nicht klappt würde ich wahrscheinlich die mongolen dann wieder dran geben weil irgendwie wird es dann auch anstrengend sich auf so viele rassen irgendwie zu konzentrieren ein schöner boob ist es dennoch geworden hat doppel a und ein patten 1 und essen flexen auf jeden fall also flexenträger so muss man ja sagen flexenträger der vater ist ein flexen ich erwarte keine super konfi weil der vater auch keiner hat also der ist glaube ich sogar schon zu gisela gegangen von meiner seite her ja schauen wir mal schauen wir mal was mit dieser rasse passiert dasselbe gilt für die norika auch da ja drehe ich mich so ein bisschen im kreis bessere ergebnisse als das was ich jetzt gerade so im stall habe kriege ich nicht wirklich raus und das geht leider nicht so über die 93 und ein paar halt eben hinweg was haben wir hier da haben wir noch nicht getestet da haben wir doppel lp das wird eins zu die uhr flexen snow cap farbe wunderschön alles kein problem ja aber ihr seht nur das ist 93 188 ja ich weiß nicht das ist irgendwie so ein ding irgendwie ist der wurm bei den norikern drin habe ich euch mal ein oldenburger fohlen mit rein gepackt weil ja ich euch eben zeigen wir die habe ich auch noch im stall die oldenburger die machen sich eigentlich relativ gut bei mir da haben wir einen cream tobiano fohlen da kann ich jetzt auch nicht anzeigen klar weil es eine neue rasse ist aber ich denke mal irgendwie sowas in der art wird es dann letzten endes halt eben werden dann haben wir wieder ein quarter horse fohlen wieder einen kleinen hengst der 803 gp mit bringt 6 very good hat ja auch da nur das ist jetzt erstmal so der weg den ich da gerade gehe und versuche halt eben das so ein bisschen auszubauen da haben wir ein apple dann silver wird also so ein bisschen wie die mama halt eben werden schauen wir einfach mal ja mein 807 gp fuhlen hengst mit zehn very good sogar den habe ich auch noch nicht in die konfig geschickt 807 gp ein e1 a silver und da ist coded sinner der vater der steht bei mir da auf jeden fall unbekannter weise märchen hin ja hast du ein roden mitgekriegt eigentlich nein es wird kein roden fohlen sehr schön die mama hat sich nicht durchgesetzt manchmal ist es ja so ne ja dann haben wir ein fohn mit 813 gp 9 very good da haben wir auch noch keinen test e cream und da haben wir leider ein rohen da hat sich aber dann der papa durchgesetzt er hat dieses rohen glaube ich ja der papa hat das rohen der hat es halt eben mitgegeben aber ist jetzt so tragisch dann auch nicht da passt das dann halt trotzdem das ist also nicht so schlimm noch mal ein 10 very good 787 gp fuhlen diesmal aber diesmal aber 799 das ist knapp drunter das ist aber auch noch völlig in ordnung ja da haben wir dann einen fuchs mit pearl halt eben dabei und da ist auch code zimmer der vater war klar dass da halt eben irgendwie was fuchsartiges warum kommt das ist dann natürlich logisch dann haben wir ein rabbi träger eine kleine stute mit 10 very good 787 gp da haben wir doppelt dann silva da ist auch code zimmer der vater den habe ich ein paar mal glaube ich genommen und ist gut geworden wie man sehen kann 11 very good 814 gp da habe ich mich auch sehr drüber gefreut ja ein doppel silva wird also auch dunkel halt eben dann wie die mama auch da war wieder ernet aber da hat sich immer mal ein bisschen durchgesetzt mit der farbe wird ein wunderschönes stud fohlen werden und auf jeden fall sicher gut dienste in der zucht machen und da haben wir ja ein kleines holen weil er hätte habe ich mich sehr gefreut über die mama und das holen die waren wohl ein richtiges schnäppchen soweit ich mich erinnern kann und ja 9 gut 3 average da wird auf jeden fall ein kleiner stern meine zucht etwas aufbessern ja wir haben ein gp von katsch ein gp meine güte eine farbe von dann und tobiano wird sicherlich ziemlich so aussehen wie die mama ich weiß dass auch die minis also die chatty schon bei über 80 irgendwie sind für mich ist das aber jetzt erstmal der weg den ich gehen möchte ich habe die jetzt bei 77 teilweise schon da bin ich schon recht stolz drauf ich weiß dass es züchter gibt für die das schon zu schlecht ist das muss man sich mal überlegen also der weg bis dahin und ich weiß aber auch dass viele da auch noch ein below average glaube ich haben oder so muss man immer gucken ich glaube das ist auch ein bisschen glückssache ich weiß es nicht ob das auch so ein bisschen was mit dem pedigree zu tun hat keine ahnung aber das ist so jetzt erstmal der weg den ich gehen will und die beiden die wollte ich auch unbedingt haben wegen der farbe also die hat mir auch sehr gut gefallen ja dann müssen wir über das einmal sprechen es laufen sehr viele gerüchte oder viele sagen die rich ponies kommen wieder dadurch explodieren gerade auch sehr die preise am markt ich habe jetzt erstmal ein paar stuten und hengste mehr hengste als stuten leider vom markt gekauft die hengste sind alle sehr erschwinglich und alle zu sehr geringen preisen auch zu haben auch wirklich gute wo man über 90 halt eben weit auch liegt die grad mal für 5000 manchmal verkauft werden bei den stuten sieht es anders aus die stuten liegen mittlerweile gute stuten bei über einer million und das finde ich es einfach also teilweise zumindest nur muss man sich mal überlegen wenn man so guckt am markt das ist wahnsinn was da jetzt halt wirklich los ist gucken wir wirklich mal speziell nach den stuten und gut da geht es noch aber da sind auch 3f wird dabei wir gucken mal nach dem los bei ort und dann seht ihr schon da geht schon die millionen los beim dritten pferdchen und das ist eine alte stute also müsste mal überlegen hier auch da geht es bei 250.000 los und die ist ja brauchen wir jetzt uns nicht darüber diskutieren ich will das auch nicht schlecht machen die pferdchen von den anderen aber ist halt eben wieder eskaliert am markt und das wird sicherlich auch nicht aufhören wenn die welt schießt dann da sind entschuldigung muss man immer was trinken sonst habe ich gleich keine stimme mehr wer also mit dem gedanken gespielt hat die welt schießt auszusortieren tut es nicht tut es wirklich nicht ihr solltet sie behalten der kleine hier ja was soll ich dazu sagen 11 gut der ist gar nicht mal so schlecht ein kleiner rappe der ist auch noch nicht in die konfi gegangen aber hat schöne farben im pedigree drin und das ist dann einmal die mama 90 539 und ist man jetzt mal immer einmal gucken ach das ist wieder der vater creme brulee das ist der vater auch von diesem folgen ja hat ja gut hingehauen das ist ein hübscher boob geworden schauen wir mal was aus dem folgen dann letzten endes wird dann habe ich hier ein chatty mit reingenommen auch wenn zwei below average hat schauen wir mal was daraus wird 5 gut ein ea silva haben wir ja hier ein mu mit drin haben wir da so ein maschrum träger mit drin weiß ich jetzt nicht ich glaube nicht ich komme da irgendwie nicht ganz mit klar mit diesem maschrum da seid ihr die experten könnt das vielleicht auch noch mal sagen aber ja das ist halt eben dass da habe ich den 77er hengst genommen ihr seht 79 79 da geht schon ordentlich ab bei den chatland ponys na ja dann habe ich hier war ich schon sehr stolz drauf kein bilder wird ja ja deswegen zeige ich euch das ist natürlich sehr sehr gerne zwei gute kurz drei normale 7 71 625 erst mal war die erste konfi schauen wir mal wie die nächsten werden ein e1 dann und sabino auf jeden fall und das ist die verpaarung gewesen gut dass da die konfi nicht so dolle wird ist mir schon klar aber da hat sich die mama durchgesetzt für das average sehr gut und last but not least und das ist mein ganzer stolz schaut euch das mal an 770 929 gut 3 er wird ich habe mich gefühlt wie im himmel als ich das gesehen habe dass ich so ein schönes holen habe ein ea g splash weit 1 und tobiano wird wohl irgendwie sowas in die richtung gehen vielleicht sogar noch ein bisschen heller ja und wenn man mal so guckt auf die konfi von den beiden eltern die haben beide 75 muss wohl macht mal eben eine 77er konfi und das ist eine stute also ich kann damit schön weiter züchten habe mich über dieses kleine mäuschen so doll gefreut und auch wenn sie schon über ein jahr ist anderthalb jahre wollte ich sie euch nicht vorenthalten ansonsten gucken wir mal ganz grob drüber was habe ich überhaupt noch halt stopp ich habe noch ein paar akateken und araber wobei die akateken überwiegen die araber sind nicht mehr ganz so groß bei mir ich denke das wird auch nur noch so ein bisschen sondern nebenbei plätscher zucht werden ich verfolge das jetzt nicht mehr ganz so doll dann haben wir die brabanter die auch schon in einigen farben halt eben das soll auch ruhig eine bunte zucht werden da habe ich also überhaupt nichts gegen dann haben wir die exmo ponys über die haben wir schon gesprochen und die normen kopf die ich mittlerweile hier halt eben auch auf besondere farben hinzüchte sprich halt eben hier dieses flexen haben wir da nicht auch ein fohlen was dieses flexen hat da ich mal deine farbe ja guck mal genau das ist nämlich ich glaube mein erstes holen was ich so bekommen habe mit zwei very good sogar sie hat zwar ein average aber das stört mich jetzt erstmal nicht weiter da kann man dann halt eben gut weiter aufbauen und halt eben weiter züchten ja hier habe ich ja so ein sammelsurium an älteren werden halt eben ja die pantaneros klar die habe ich auch noch da kommen wir gleich noch zu isländer da ist viel eigen zucht halt eben drin dann habe ich die mongolen da sind auch einige mit drin auch einige fohlen da muss man aber auch gucken die sind jetzt noch nicht ganz so dolle einige habe ich jetzt dazu gekauft auch gar kein problem ja die norika die habt ihr gesehen die sind ein bisschen kleiner überschaubarer mittlerweile und da bin ich echt am überlegen was ich da jetzt mache weil viel passiert nicht auch farblich passiert da nicht mehr viel wie ihr seht irgendwie anstrengend geworden ja ansonsten die oldenburger auch da schon die ersten erfolge halt eben mit drin da habe ich aber auch schon aussortiert dann die pantaneros da haben wir gerade kurz drüber gesprochen und halt eben ja auch ein paar finn horses sind dazwischen auch da muss man mal gucken was daraus wird das ist war auch so halb irgendwie nebenbei dann haben wir die quarter horses mit über 800 gp ihr seht also teilweise ist es nachgekauft nur also am markt gekauft teilweise aber auch eigen zucht und war das nicht sogar eine eigen zucht ja mit 821 gp die hat noch ein average mit drin da versuche ich das auch noch irgendwie raus zu züchten dass man da halt eben dann letzten endes ja gute zucht hat 835 da haben wir zum beispiel man richtig guten kandidaten mit 90 345 und ja das ist die verpaarung halt eben aber das ist keine eigen zucht da muss ich dann halt eben sehen dass ich den für die weiter zucht nehmen dann haben wir hier einige ja unter 800 gp das sind auch noch ein paar folgen die dann später in den anderen stall hier rein kommen und die chatties und ja wo ich ponies da sind auch noch ein paar wo ich mir sage ja die können dann auch langsam weg hier versuche ich die einfach noch ein bisschen zu verwenden um das below average rauszukriegen eigentlich ist der mir hier auch schon zu schlecht der 74er hengst auch die stute eigentlich da muss ich jetzt auch mal gucken so langsam bei den minis auszusortieren und ihr seht hier auch schon so ein paar walsch ponies die ich heute halt eben gekauft habe das sind alles keine eigen zuchten ich habe aber noch samenfläschchen von den walsch ponies und werde die dann halt eben dementsprechend nutzen ja ihr lieben das war es auch schon wieder ich hoffe euch hat das video gefallen ich wünsche euch auf jeden fall noch einen schönen abend und hoffentlich auf bald ich kann euch allerdings und werde euch auch nichts versprechen ihr wisst wie es ist das reale leben hat einen manchmal im griff und da wird sich aber dann irgendwann auch wieder alles zum guten wenden und dann kommen auch wieder regelmäßig videos ja bis zum nächsten mal ihr lieben und bleibt gesund und munter bis dahin ciao schaue 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 schaue